Herzlichen Glückwunsch Bochum, herzlichen Glückwunsch zu 700 Jahre Bochum. Alles Gute fürs neue Lebensjahrhundert an alle Bochumerinnen und Bochumer. Bochum feiert sich die erweiterten Marktrechte vom 08.06.1321. Eigentlich in dieser Woche, in Wirklichkeit aber viel, viel mehr im September, coronabedingt verlegt, aber jetzt schon der Zeit-Tunnel, der Time-Tunnel hier vor dem Rathaus. Wer mehr über Bochums Geschichte sehen will, hier auf 12 Metern komprimiert. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!